Frau Glavischnig der Standard hat mit 50 Menschen im Umfeld von Lena Schilling gesprochen, die alle schwere Vorwürfe erheben und Parteichef Werner Kogler tut das als anonymes Gemurkse und Gefurze ab. Es gibt keine Aufklärungsversuche, es gibt keine interne Prüfung. Können Sie da noch guten Gewissens den Grünen ihre Stimme geben bei der EU-Wahl? Ja, jedenfalls. Also wenn ich auch vielleicht die Wortwahl von Werner Kogler jetzt nicht wählen würde. Ich finde, das ist ein bisschen daneben gegriffen. Aber trotzdem, die Frage bleibt, warum der Standard mit 50 Menschen spricht, im Privatleben einer jungen Frau sozusagen Gerüchte abfragt. Also jeder von uns, wenn über uns 50 Menschen befragt werden würde, was würde da herauskommen? Ich glaube, da würden übelste Sachen herauskommen. Also ich finde diese überschießende Soko-Sonderkommission Lena Schilling beim Standard erklärungswürdig. Warum war das nicht bei Lobatka? Warum war das nicht bei Wilimsky? Sondern warum wurde Lena Schilling so auf ihr Privatleben sozusagen abgefragt? Also es ist für mich wirklich noch schräg und ich weiß nicht, was die Hintergründe sind, aber ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Ich glaube, weil der Standard es für politisch und öffentlich relevant hielt. Aber der Herr Rauscher wird uns das gleich noch ganz genau im Detail erklären. Vorerst noch die Frage an Sie, Frau Klavischnik. Sie kennen Lena Schilling ja sehr gut, auch persönlich. Waren Sie über die Vorwürfe überrascht? Also für mich war das ein kompletter Quatsch in dem Sinn. Ja, ich meine, sie ist eine junge Frau. Sie hat ein Recht auf ihr Privatleben. Sie darf sich ausleben. Sie darf als junge Frau auch ihre Jungfrau sein sozusagen leben. Das hätte ich auch mit 21, 22 schützenswert erachtet. Ja, dass da niemand hinter nachschnüffelt. Also in dem Sinn finde ich es eine wirkliche Grenzüberschreitung, dass der Standard über solche persönlichen Geschichten ja überhaupt berichtet. Also ich hätte mir gewünscht, dass diese Geschichte nicht erscheint. Ich finde sie medienpolitisch wirklich hinterfragenswert. Sie haben am Donnerstag nach der Elefantenrunde zur EU-Wahl auf Puls 4 gesagt, Sie hätten Lena Schilling als äußerst talentierte und Zitat ehrenwerte Politikerin kennengelernt. Woran machen Sie das fest? Weil sie so von der Sache überzeugt ist. Also sie ist eine in dem Sinn Getriebene von Klimaschutz, von Gerechtigkeit, von sozusagen auch politischen Themen wie gegen Rechts. Sie ist wirklich überzeugt. Und das macht sie für mich auch so ehrenwert, weil sie einfach für das streitet, wofür sie steht. Ja. Mhm. Herr Heinzelmeier, es heißt jetzt sehr oft und auch Frau Klavischnik hat es anklingen lassen, wir würden mit Frau Schilling-Härter ins Gericht gehen, weil sie eine junge Frau ist. Ist da was dran? Naja, das glaube ich nicht. Aber das ist jetzt das Argument, was in so einen Fall dann immer kommt, wenn es um eine junge Frau geht. Offensichtlich kratzt man jetzt bei den Grünen. Und das verstehe ich auch, weil das ist die Spitzenkandidatin. Und das hat dann den ganzen Wahlkampf zusammen, wenn die stürzt, alle Argumente zusammen. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie eine junge Frau ist. Und das hat einerseits, glaube ich, einiges damit zu tun mit dem Innenleben der Grünen. Ich glaube, da gibt es halt doch einige Fraktionierungen. Und man weiß ja, dass sehr viele mit der Kandidatur von der Lena Schilling nicht einverstanden waren. Und da gibt es wahrscheinlich auch einige Kränkungen. Das ist die eine Geschichte. Und das zweite ist, wer sich ein bisschen mit Fridays for Future und der Szene auseinandergesetzt hat, das muss man ganz ehrlich sagen, der hat schon erfahren, dass die Frau Schilling ein bisschen ein Problembär ist. Also da habe ich... Bärin. Bärin, Entschuldigung. Also da habe ich einiges auch immer wieder gehört. Und ich denke mal, bei der Frau Schilling, ich gebe der Frau Klawischnig recht, man muss einen jungen Menschen die Möglichkeit geben, eine verrückte Zeit zu haben. Und die hat sie offensichtlich. Das ist keine Frage. Aber wenn Sie sagen, Frau Schilling soll ein Problembär sein, was Sie gehört haben, wissen Sie schon länger von den Vorwürfen? Wann haben Sie davon gehört? Also ich habe eigentlich schon im April was gehört. Und ja, wenn man die richtigen Leute kennt, dann hört man oft halt früher was und da telefoniert man halt ein bisschen rum. Und dann... Wie genau haben Sie davon erfahren? Also ich habe schon einiges gehört. Ich habe etwas über die Bornmänner-Geschichte gehört. Und das ist für mich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, ja, das Zeichen einer... Nein, nein. Weil es ist ja keine Kleinigkeit. Also wenn ich dem jetzt anhängte oder das verbreite, dass der seine Frau verprügelt und so, dass die ein Kind verliert. Und das scheint mir alles sehr dramatisch zu sein. Und meine Analyse ist ein bisschen psychologisch. Ich glaube einfach, dass die Lena Schilling und deswegen werfe das den Grünen auch vor, sie kandidiert zu haben, ein bisschen entwicklungsverzögert ist. Also es gibt ja... Und das ist nicht ein Einzelfall, sondern das ist bei der Generation Z ist es so, dass die später erwachsen wären, länger Elternabhängig bleiben. Und das durchaus sein kann, dass ein 23-Jähriger noch ein bisschen Jungmädchen-Allüren hat, wie wir 16-Jährige. Und die erfinden dann oft Dinge. Da geht es halt... Das Imaginäre ist für die wichtiger, wie das Reale. Und das ist bei der Frau Schilling ganz offensichtlich der Fall. Und ich glaube, man tut ihr nichts Gutes jetzt, die da reinzusetzen. Also es hätte... Wer hätte ausgereicht? Sie ist sehr talentiert. Das ist gar keine Frage. Und sie kann mit der Öffentlichkeit umgehen. Aber das in fünf Jahren zu machen, hätte auch gereicht. Also da spricht jetzt der Jugendkultur- und Sozialwissenschaftler aus Ihnen. Aber wenn Sie sagen, es gab da innerhalb der Parteistreit und offenbar auch Kritik an der Kandidatur, helfen Sie uns, das zu verstehen. Wer kämpft da gegen wen? Weil das klingt im Moment ein bisschen wie Harakiri. Naja, da kämpfen immer die, die erfahrenen Politikerinnen und Politiker sind und die das Thema beherrschen und die Brüssel beherrschen und dieses Europaparlament beherrschen, gegen jemanden, der da reinkommt und eigentlich sehr arm an Erfahrung ist. Und ich glaube, die Auswahl von der Frau Schilling aus meiner Sicht war taktisch so überlegt, dass man die für den Wahlkampf braucht. Und das ist einmal wirklich eine interessante Figur. Sie ist eine junge Frau. Da schaut man gern hin. Sie ist sehr hübsch. Und sie ist intelligent. Das kann man ja alles nicht bezweifeln. Und die stellt man ins Fenster. Und dann hat man irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen, die ja meistens so verstaubte, älteren Männer jetzt da kandidieren. Also Sie haben den Eindruck, sie wird da auch verheizt. Ja, also ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ich habe auch ein schlechtes Gefühl dafür. Ich habe das seinerzeit schon gehabt. Ich habe das schlechte Gefühl, wie die SPÖ, die Laura Rudasch dort hingesetzt hat. Und die haben es dann zur Bundesgeschäftsführerin gemacht. Und das ist auch eine hochintelligente Frau, die toll drauf ist und alles. Aber die hat das auch nicht ganz erpackt. Und ich denke mir, man sollte ein bisschen verantwortungsvoller umgehen. Übrigens, das ist nicht nur bei Frauen so. Man kann das auch mit jungen Männern machen. Nicht, dass das wieder so erscheint. Das wird man da wieder die Frau besonders. Das sollte man nicht machen. Fakt ist, Lena Schilling war lange Zeit das Gesicht der österreichischen Klimabewegung. Und aus dieser Klimabewegung ist sie in die Politik gegangen und soll jetzt als hochbezahlte Berufspolitikerin, will sie jetzt ins EU-Parlament einziehen. Da kann es natürlich sein, dass sie da Feinde hat, die das verhindern wollen. Kann es sein, dass sie Opfer einer Intrige geworden ist? Es ist für Journalisten immer sehr schwierig und heikel, weil man immer sehr aufpassen muss, gerade bei solchen Geschichten. Und das war auch mein allererster Gedanke, dass man sich nicht für Intrigen einspannen lässt. Es ist immer sehr gefährlich. Gerade so dieses Hörensagen. Ich war immer sehr zurückhaltend. Und ich war, und das glaube ich, kann ich für alle Journalisten sprechen. Es ist ein guter Stil, wenn man das Privatleben privat lässt. Das Problem ist nur, wenn es Überschneidungen gibt. Ich möchte an eine, nicht junge Frau, sondern an einen älteren Herrn erinnern, nämlich an den Thomas Clestill, der ja auch ein Problem hatte damals bei seiner Bundespräsidentschaftskandidatur, wo man sagt, es war sein Privatleben, dass er daneben eine Liebschaft hatte. Aber weil er das zum Thema seines Wahlkampfes gemacht hat, das heere Familienbild, das hat natürlich nicht dazugepasst. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, und da gebe ich dem Herrn Heinzelmeier recht, das ist nicht nur eine Frage auch des reinen Charakters oder ihrer, sie kann natürlich Affären haben, wenn das alles Privatsache ist, sondern es geht darüber hinaus auch wirklich ganz massiv ins Politische. Denn wenn man zum Beispiel jetzt überall plakatiert, es geht um Herz und es geht um Anstand, die Grünen waren immer sehr für Anstand, dann wird man natürlich auch daran gemessen. Also auch das war ein Fehler. Das ist im Moment natürlich ein bisschen wie Comedy, ja. Aber darüber reden wir gleich noch in den Teil. Aber zurück nochmal zu meiner Frage. Kann es sein, dass ihr Opfer einer Intrige geworden ist? Ich denke jetzt da an FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimsky, der bei der Elefantenrunde ihr für viele überraschend zur Seite gesprungen ist und von einer politischen Hexenküche gesprochen hat. Kann das also Dirty Campaigning sein? Naja, also Dirty Campaigning aus der eigenen Partei, das ist dann doch ungewöhnlich. Ja, aber Wilimsky hat auf die SPD gezählt. Ja, ja. Also was schon evident wird und das ist auch so ein bisschen ein Sittenbild der Grünen. Also mir hat es schon zu denken gegeben, wenn man dann hört, monatelang haben sich schon betroffene Parteikollegen zurückgehalten, eigentlich mit dem Wissen, es war gar nicht die Geschichte ganz anders. Die Partei hat sich nicht hinter sie gestellt, wie es um diese Übergriffsvorwürfe gegangen ist, wo auch ein Kollege dann das Mandat verloren hat. Und dass sie Angst davor haben vor der Rache der Parteispitze, wenn sie das jetzt sagen. Also das wirft dann doch schon ein bezeichnendes Licht, dass da in der Struktur der Partei offensichtlich vieles im Argen liegt. Und wenn man sagt, es ist jemand persönlich von etwas betroffen und zwar nicht nur, weil halt irgendwie verschmähte Liebe im Spiel war, sondern da geht es ja offensichtlich auch um Existenzen, kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur eine Intrige. Es mag schon sein, dass der Hintergrund, und das sehe ich natürlich auch so, auch ein gewisser Unmut ist, weil man die Parteibasis nicht nur in dieser Frage ist und auch in vielen anderen überhaupt nicht mehr einbezieht. Also da gibt es ja schon einen Riss, der nicht mehr zu übersehen ist, auch in der Partei. Das spielt sicher mit. Aber so abzutun, naja, das ist halt ihre Privatsache und da macht man es Schmutzkübel. Das ist eine Dimension und so klein gedacht, fürchte ich. Involviert ist die Familie Bornmähner. Der Name ist jetzt auch schon gefallen. Sebastian Bornmähner soll seine Frau so geschlagen haben, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Das hat Lena Schilling behauptet, ist frei erfunden. Und die Bornmähners haben sich das auch gerichtlich verbieten lassen. Kann man in diesem Zusammenhang außer Acht lassen, dass die Familie Bornmähner eine SPÖ-Nähe hat und sich stark macht für Andreas Babler? Also ich würde da überhaupt keine Bewertung irgendwie vornehmen wollen, weil ich weiß nicht, was im Privatleben der Bornmähners wirklich vorgeht. Das wissen wir alle nicht. Ich würde für kein Ehepaar dieser Welt meine Hand ins Feuer legen. Also häusliche Gewalt, ich habe keine Ahnung, was das in Wirklichkeit wirklich ist. Das war ja auch gleich die Frage. Die Frage war, kann man außer Acht lassen, dass die beiden eine SPÖ-Nähe haben? Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube nicht, dass das in diesem Fall eine Rolle gespielt hat. Also wenn ich die Abfolge mir noch einmal sozusagen vor Augen führe. Also Lena Schilling hat etwas behauptet. Sie hat Sorge gehabt um meine Freundin. Das kann ich auch mal ernst nehmen. Weil wie gesagt, ich weiß nicht, was in Familien wirklich vorgeht. Sie kann diese Sorge auch ernsthaft geäußert haben. Dann kam diese Unterlassungserklärung. Ja, und sie hat es dann unterlassen. Und jetzt kam es im Wahlkampf auf einmal auf medialer Ebene wirklich dramatisch ausgespielt. Also ich glaube, dass es da schon auch Interessenten gibt, die wollen, dass Lena Schilling auch politisch zerstört wird. Also da habe ich wirklich große Sorge. Aber da wir vielleicht einwenden, aber auch die Bürger haben ein Interesse, wo die Politik schon so ein schwieriges Problem hat mit der Glaubwürdigkeit, hat man schon ein Interesse, dass man auch an den Politiker glauben können muss. Und das ist halt wirklich ein Problem mit diesem Zusammenhang. Hat der Standard 50 bis 80 Interviews geführt, um die Bornmänner sozusagen mal abzufragen? Das weiß ich nicht, ich bin nicht zuständig. Naja, aber wer fragt 50 bis 80 Menschen im Umfeld von einer jungen Frau ab? Entschuldigung, jetzt werfen Sie uns vor, dass wir recherchieren. Nein, aber recherchieren Sie in alle Richtungen. Herr Rausch, helfen Sie uns jetzt ein bisschen zu verstehen. Also die, also zur Substanz, zur Substanz. Zunächst einmal, das Team, das das recherchiert hat, sind zwei junge Journalisten, eine Journalistin, ein Journalist. Da geht es nicht darum, dass jetzt irgendwelche alten Kracher eine junge Frau runterziehen wollen. Nummer eins. Nummer zwei. Das Stichwort, das Sie verwendet haben, ist privat. Das ist nicht privat. Wir haben hier schon auf dem Tisch liegen, die Sache Bornmänner. Die Frau Schilling hat eine Unterlassungserklärung unterzeichnen müssen oder abschließen müssen, dass sie über das Ehepaar Bornmänner, das in der Öffentlichkeit steht, nicht gewisse Sachen sagt. Wir haben zusätzlich dazu recherchiert, wir haben eidesstaatliche Erklärungen oder jedenfalls schriftliche Erklärungen, dass sie auch über andere Abwertendes gesagt hat. Und zwar die ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen. Die wollen jetzt noch nicht hervortreten. Vielleicht wird der eine oder andere hervortreten. Aber Tatsache ist, es ist ein Verhaltensmuster von der Frau Schilling, das ich jetzt zunächst einmal nicht bewerten möchte. Ich möchte, es ist hier schon gefallen, mit 23 Jahren, junge Frau, ich werfe ein bisschen salopp ein, eine 23-jährige Studentin kann im Büro eines Europaabgeordneten oder einer Europaabgeordneten jobben, aber nicht als Spitzen, aber normalerweise nicht als Spitzenkandidatin. Das ist genau der Punkt. Man möchte sie nicht in dieser Rolle haben. Das ist ein Problem. Aber bleiben wir beim Privat. Das ist nicht privat. Die ganze, alle Betroffenen sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, des öffentlichen Interesses. Und wenn jemand, sei es aus einer Unerfahrenheit oder sei es aus einer bestimmten charakterlichen Anlage, das maße ich mir nicht an zu beurteilen, über die Dinge verbreitet, sodass das wie ein Laufheuer durch die politische Szene geht, dann ist es die Aufgabe, einer liberalen Zeitung da zu recherchieren. Und das haben wir getan. Und noch einmal, es ist politisch. Es ist nicht privat. Es spielen private Beziehungen mit hinein. Aber das ist ein Pech. Wir haben noch ganz viele Fragen an Sie. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Können Sie uns helfen, einzuordnen, von wem das Material, die Informationen stammen? Das kann ich Ihnen jetzt hier nicht auf den Tisch legen. Von verschiedenen Personen. Schauen Sie, Sie wissen ja alle, in der polit-medialen Szene wird gesprochen. Aber von verschiedenen Personen aus der Partei? Sowohl aus der Partei als auch aus dem medialen Bereich. Es handelt sich ja zum Teil hier um Journalistinnen und Journalisten. Das heißt zu glauben, wenn sich solche Vorfälle häufen. Es geht um die Häufung. Zu glauben, dass das unter der Tuche bleibt, ist ja naiv. Sondern man erfährt etwas, genauso wie wir über den Herrn Kunz oder über den Herrn Wilimski oder über den Herrn Kickel Dinge erfahren haben und die dann nachrecherchiert haben. Man erfährt etwas, man recherchiert nach und dann entscheidet man, liegt ein Substrat vor, dass eine Veröffentlichung gerechtfertigt ist. Warum sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass diese Kausa nicht privat ist? Wir wissen von mehreren Journalisten aus mehreren Redaktionen, dass auch Ihnen das Material angeboten wurde und die haben das abgelehnt. Warum hat es der Standard nicht abgelehnt? Weil in dem Moment, wo eine Mandatarin, und das ist die Spitzenkandidatin für das EU-Parlament, das ist eine riesige gesetzgebende Versammlung mit 700 Mitarbeitern. Das ist enorm wichtig für die Entwicklung Europas. Da muss man erstens einmal das Handwerk können. Man muss aber auch über Regeln Bescheid wissen. Und wenn die Spitzenkandidatin für dieses Parlament herumgeht und Geschichten erzählt, sodass das allmählich nicht mehr zu übersehen ist, dann ist es eine Geschichte. Dann ist es relevant. Dann ist es öffentlich. Wir haben uns auch ein paar Wochen Zeit gelassen. Wir haben sicherlich nicht fahrlässig oder leichtfertig entschieden. Aber es handelt sich um, noch einmal, es handelt sich durchwegs um Persönlichkeiten des öffentlichen Bereichs. Also Journalisten, Politiker. Sie hat ja auch gesagt, naja, sie hat ja auch zugegeben, sie hat jetzt etwas nachgeplappert, Gerüchte über die Frau Maurer. Das war nicht gescheit. Das hat das Standard in der Sekunde wieder zurückgezogen. Das war 10 Minuten online und das ist nie erschienen. Ja, aber das stimmt trotzdem. Es ist inzwischen... Nein, das stimmt überhaupt nicht. Sie hat Gerüchte über... Sie selbst hat ja auf Twitter gesagt, ja, das tut dir leid, dass sie Gerüchte über die Frau Maurer nachgeplappert hat. Das können wir jetzt... Das ist tatsächlich auf Twitter nachzulesen. Ja, und sie hat gesagt, es tut dir leid und das war sicher nicht gescheit, aber sie ist in dem Punkt nicht besser als andere, hat sie auf Twitter geschrieben. Aber Herr Heinzelmeier, wie würden Sie das einordnen? Für den Standard ist die Causa ganz klar öffentlich relevant. Für den Falter etwa, dem das Material auch angeboten wurde, nicht. Ja, nachdem. Aber beim Falter jetzt der Großinquisitor auch schon hervortritt und sagt, also die Frau Schilling muss jetzt dann doch schon klar reden. Denken wir, dass auch wenn der Großinquisitor das sagt... Also der Kollege Klenk hat jetzt zuerst getwittert, Das ist keine Geschichte, jetzt hat er getwittert. Naja, doch. Ist ja logisch, weil natürlich die Geschichte ja was hergibt, weil die rennt ja noch lang. Und welche Zeitung lässt er das Butter vom Brot nehmen? Die Butter vom Brot nehmen. Also insofern würde er da jetzt auch gern und mit Freude aufspringen. Also ich halte... Ich glaube, dass das Argument mit Privat meiner Meinung nach zu kurz greift. Also das ist eine hochpolitische Angelegenheit und ich glaube, es gibt in dieser Geschichte vier Punkte, vier Punkte, die ich für problematisch halte. Und wo ich auch glaube, dass an diesen vier Punkten noch was passieren kann. Ja, was letztendlich auch dazu führen kann, dass die Grünen die Frau Schilling zurückziehen müssen. Das ist der erste Punkt, ist die Born-Männer-Geschichte. Die Born-Männer-Geschichte halte ich für äußerst problematisch, weil dem Sebastian Born-Männer da etwas unterstellt worden ist, was rufschädigend ist und geschäftsschädigend. Das muss man sagen. Wenn man so einen Ärger, einen Vorwurf gibt es ja gar nicht. Der hat eine Stiftung und der lebt von dem. Und daher rascherweise, ich bin selbst einmal in so einer Affäre jetzt verwickelt gewesen, wo wir ja beide auch noch kommuniziert haben drüber, das war diese T-Shirt-Affäre. Und das hat mich geschäftlich schwerstens geschädigt. Also das muss man sagen. Also insofern müssen wir das sehen. Also bei den Born-Männern, das ist ein ganz schwerwiegender Vorwurf und da muss man vorsichtig sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Fall, da geht es tatsächlich um Siggy Maurer und einen sehr bekannten ORF-Journalisten, der bis jetzt noch keine gerichtlichen Schritte unternimmt. Sollte sein Name an die Öffentlichkeit kommen, und ich denke mir, wir alle kennen ihn, dann wird er das wahrscheinlich machen müssen. Ja, weil dann entsteht ein Eindruck einerseits, eine Verbindung mit den Grünen sehr enge. Und das auch mit der Frau Maurer ist eine sehr unangenehme Geschichte. Der dritte Punkt ist der Herr Stammler. Also da ist es auch, scheint mir hochproblematisch zu sein, weil der hat sein Amt verloren. Letztendlich sagt er, er hat die Fassung verloren, weil diese Vorwürfe gekommen sind. Und natürlich war sein Handel nicht richtig. Aber nur, es ist wieder, das Muster, ich glaube, das, was Sie gesagt haben, das Muster, es ist wieder das Muster erkennbar. Das Muster erkennbar, dass wieder so etwas in die Welt gesetzt wird und Personen schwerstens belastet werden. Also ich würde es mir jetzt den Fied besporen. Das ist eh schon genug, den spare ich mir jetzt.